Oh Mann, was für eine große Pfütze. Uh, ich hätte eine Idee. Hallo Dima, ich brauche deine Hilfe, ich stecke fest. Hallo, hallo. Dima, schau mal, wo ich feststecke. Mach dir keine Sorgen, ich lasse mir was einfallen. Ich hätte eine Lösung. Probiere mal rauszufahren. Okay. Dima, es klappt nicht. Ich hätte eine andere Lösung. Dima, es klappt nicht. Ich habe eine andere Lösung. Das war's. Jetzt müsste es aber klappen. Okay. Danke, Dima. Bitteschön.